Wir sind Mark Kane. Eine Welt von und für Modebegeisterte. Lebendig, feminin und aufsehenerregend. Lichtdurchflutete Gebäude mit moderner Architektur voller Leben, Kreativität und Innovation. Inspiration lebt in jeder Faser, jeder Form und jeder Farbe. Denn Kreativität erschafft Mode. Kreative Mode erzeugt Emotionen. Und aus Emotionen werden Persönlichkeiten und Identitäten. Unverwechselbar und individuell. Unsere Mode ist selbstsicher und kombinierbar. Durch Spannungen, Kontraste und Harmonien. Die Kombinierbarkeit der Teile. Diesen Gedanken verfolgen wir mit unserer Coordinate Philosophie. Innovation als Leidenschaft. Und modernste Technik als kreatives Tool. Feinste Stoffe und luxuriöse Garne aus Italien werden in Deutschland verarbeitet und garantieren so den hohen Qualitätsstandard der Produkte. Neue Technologien wie der 3D-Strick garantieren 100% Made in Germany. Nahtlos und kompromisslos bis ins kleinste Detail. Damit setzen wir neue Maßstäbe. Vom Designentwurf bis hin zum fertigen Produkt. Durch die Hingabe jedes einzelnen unserer Mitarbeiter. Wir gehen neue Wege. Vom Headquarter in Bodelshausen bis hinaus in die ganze Welt. Zeitloses Design. Nicht nur in unserer Mode, sondern auch in den Stores und Showrooms. Design, Innovation und Qualität. Das sind unsere Konstanten. Das ist unsere Zukunft. Mark Cain